Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Zombies. Wir spielen eine Map die heißt, oh gut, oh gut, MCHV02 oder sowas. Ist auch mal eine Idee. Monkey. Killer. 57 hierfür. Endgame 80.000. Äh, ja, dazu kommen wir später. Äh, okay. Uh-huh. Woah. Uh, ja. This is mine. Okay. Interessant. Ist eine Mutation mit drei Augen oder was? Wo ist denn hier vorne und hinten und oben und unten bei dem Fisch? Reload. Okay, kein Filler. Headshot. Oh Gott. Uh-huh. Sehr interessant. Uh-huh. Was seht man denn hier draußen? Scheint etwas größer zu sein. Das gefällt mir. Oh gut. Come on down here. Wer bist du? Johnny Peepee pants oder was? Johnny Peepee pants oder was? Come. Let's go. Into the fire you go. Könnte das ein Heilboot sein? Bitte Heilboot. Kaboom. I got one. Next, please. Komm schon. Also einfach runter hier. Jawoll. Ich komm mal raus, Jungs. Das wird wahrscheinlich schneller gehen. Ah, ich seh schon. Okay. Tut das weh? Nein. Ist klar. Mork City Transit. 1250. Weckerpunch. Mhm. Mhm. I see. 1250 hier. Nichts zu sehen. Da ist der obere Teil der Bude. Die Leute mit ihren Duschen immer haben. Burn and power first. 2.500. Okay. N. Speed. Power Indicator irgendwo. Okay. Ready for action. All right. 1250 it is. Round 3. Fight. Okay. Okay. Hier geht's wohl auch lang. Dann können wir jetzt ins Kreise um den Bus drehen. I like it a lot. Nice. Nice. Run a map. Muss ich schon sagen. Nice map. Good job mapmaker. Double points. Double the fun. More pressings from the spirits. Ready. Go. Okay. And speaking of fatherhood. Next is a man who has listeners and some of the staff laughing through tears. Maurice Chavez. With pressing issues. Okay. Hello. And welcome to the show. This is pressing issues. With me. Maurice Chavez. At one time my show was buried in the ranks. Nice. Stop talking. It's a farm. 15. 14. Deal. Max. Ammo is needed. Blub 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 blub. Nothing to see here. Upstairs. Und was habe ich diesmal in der Dusche? Power. Come on in here. Na. Was haltet ihr von der Bude hier? Hm? Hier oben einmal rum. Was war das hier? Zipline. Ah. Ah. Ich sehe ich schon. Alles klar. Oh. 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 So. Oh. Oh. Uh. Oh. Oh. kein teil das war jetzt das kleine schild teil 1250 für diese türen wo würde ich auch machen ... ... ... ... ... ... M27, nice E likey Geert piece Nope Nothing to see here Uzi MMC Olympia Olympia Fillable maybe Fillable, yes Okay Run 2500 dafür 5000 Ja Da ist es, alles klar 5000 Punkte 5 million points Okay Okay Okay, okay Und 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 Okay, yeah Das kostet das Ding 1400 Und hier für die M27 27 Reloading Und 27 Wow Das wäre fast schief gegangen Mein Lieber Mann Du 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 More ammunition is required Follow me, I know the way Okay, right here. Wow. Double tap is needed. Nice. Reload. Maximum ammo, maximum fun. Pressings rain down from above. Body shots. Double the bunker. Noch mehr Spaß. Bam. Many rewards. Reward number one, you die. Reward number two, you die. Kabir. Hast geschafft, hast geschafft, hast geschafft. Mehr Punkte. Mehr Punkte. Let's go. Nice. Doogies. 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 Dying. Come on, dog. Doogies. Let's die. Wow. What a bad gun. Find. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Call me by adesso. Go ahead. Go ahead. Go ahead. let's go let's go let's go ich habe dabei ich habe schon gesehen weil jedenfalls speed gesehen genau speed damit habe ich noch nicht die drei essentials werden benötigt wow durch die mülltonne geglitscht wow durch die türen kann man auch glitschen trap trap treppery now wow double tap is needed klick in links der pill hallo ok let's see die letzten ist treppery now Ernsthaft? What else is? Nothing. Tractors. Tractors. Shooting gallery. What is this? What have we here? Absolutely nothing. What is the reason for this room? I have no idea. What the heck? Uh, nine. Hm. Okay, what's the cost of dust now? Wow. Expensive. Champions. Oh, got it. Oh. Ja. Delicious. Ach, jetzt haben wir das bis hier schon geöffnet. Wo ist denn ein Double-Tank? Ein Shield-Peace fehlt uns noch. Wo wird das wohl sein? Hier. No good. Aha. Okay. Five. Was ist das? Ja. Interessant. Also heute in der Map zu platzieren. Und wir hoffen, dass wir eine Waffe bekommen. Ich habe gesagt, Munition für unsere Waffe. Denn ohne Bullets ist nichts drin hier. Das war Endgame. 70.000. möglich. Aber versprechen tue ich nichts. Das schluss ich ja von selbst, ne? Zombies. Es braucht mich schneller. All righty. All righty. All righty. Das fehlt mir jetzt mal. Okay. Gut. Gut. Also. Wir brauchen auf jeden Fall Jug, weil die sind schon ganz schön grabby. Dann müssen wir mal Double-Tap suchen. Keine Manieren hier Menschen. Warum ist der einfach hier rum? Double-Tap. Ah ja. Zipline. Das ist der Hut. Das ist dein Hemm. Oh. Found it. Machen wir mal das fertig. Und dann... Ich bin immer noch auf der Suche. Immer noch auf der Suche nach Double Tap. Wirklich. Wo ist Double Tap? Habt ihr das schon gesehen? Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber stehe ich gerade auf dem Schlauch. Okay. Hier unten nochmal so... Ich öffne die Tür hier auf. Stop talking! War das gleich im Star den Raum drinnen? Nein. Noch mal kurz einen Blick. Nein. 80.000. Und oi 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 oi. Stemina. Ja. Hm. Okay. Scheinbar hat der Mapmaker Double Tap hier rausgelassen. Einmal suche ich noch, danach versuche ich mein Glück bei der Wunderfiss. Weil mit Double Tap macht das ganze keinen Sinn. also hier Jack. Hier ist Jack. Da ist Speed. Da ist Stamina. Wie sonst noch irgendwo. Da hinten war Quick Revive. El Burro. Also Mule Kick. Kann noch nicht sein. Ich brauche Double Tap. Double Tap is needed. Nichts dabei. Na herrlich. Gut. Wunderfist it is. Wo ist das? Zombie? Zombie. Zombie. Die... Ah! Wir müssen jetzt eine hohe Ammunition für die Cayenne. Labe, 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 Labe. Ja, klasse. Hätte ich mir die Muni ja auch sparen können. Ich nehm die Pizza. Hallo? So, geh. Ui. Funky. Also die Spawns, da kann der Mapmaker noch mal dran arbeiten. Die optischen Sachen sehen echt gut aus. Genügend Platz zum Kreise drehen. Vielleicht wäre Timed Gameplay ne gute Idee. Komm, Dichter. Ich will nicht so weit laufen für Munition. Da, 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 da. Max Ammo. So. Double Points. Und dann können wir unsere Punkte investieren. Und Double Tap, hoffe ich mal. Nicht, dass wir noch das Problem haben, dass wir alle Perks bekommen, nur nicht den, den wir wollen. Hm. Äh, sie... Klar, immer rauf aufs Schild. Da diese Cayenne eine sehr große Streuung hat, werde ich wof oder übel versuchen, sie in einer Gruppe zu halten, um möglichst viele Kugeln in irgendeinem Ziel zu bekommen. Punkte zu maximieren. Ah, sagt er. Jammer nicht. Lauf schneller. 33 Scheißbleiben. Jetzt nur noch klick. Wow. Doppelte Punkte. Das ist doch genau das, was ich wollte. Nur noch mehr Zombies. Oh, cool. Next Ammo. Schade. Schade. Ähm. Hm. Wenn man denn auch noch hier rot werden würde, also verletzt werden würde von der Lava, das wäre noch ein wichtiges Muckstück. Wird man auch aufpasst, wenn man da langläuft. Und die Zombies denn noch Feuer fangen würden, wenn die da durchrennen. Mensch, hier sind noch so viele Möglichkeiten. Soulboxes. Double Tap. herrlich. Äh. Moment mal. Irgendwas, irgendwas wurde gerade gefüllt. Moment mal. Hier war euer Soulflap. Moment mal. Ich hab doch was gehört. Nee, hier nicht. Follow me. Ach, eindeutig gehört, dass da irgendwelche Serien irgendwas gefüllt haben. Hm. Ich hab's nur getäuscht. Die Zombies könnten auch eventuell schon mal ein bisschen sprinten. Das würde die Sache noch etwas interessanter gestalten. hier war kein Soulflare. Hm. Nun gut. Max Ammo wäre cool. cool. Oh, wir wixeln noch. Oh, interessant. Ich bin gar nicht dran. Nicht auf meinen Schild hauen. Das ist neu. Du verkratzt das bloß. Das dazu. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Like und abonnieren nicht vergessen. Bye. Bye.